Hey ihr Lieben, Flister, Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe euch ja heute bzw. gestern gefragt, ob ihr mir nicht gerne Fragen stellen würdet. Und zwar dreht es sich hierbei um den Was würdest du eher Tag. Ich finde den Tag generell sehr lustig und habe ihn schon bei ganz, ganz vielen anderen YouTubern gesehen. Und dachte mir, dass das vielleicht auch der ein oder andere Spannend finden könnte. Bevor wir starten, da muss ich natürlich ein bisschen Handy-Tapping machen. Ohne geht nichts. Und ich habe schon gesehen, es sind über 350 Fragen zusammengekommen. Okay, jetzt sind es schon 362 und ich weiß nicht, ob ich alle schaffen werde, aber ich werde mich bemühen. Und wir starten dann auch gleich mit der ersten Frage und die lautet, würdest du lieber nie wieder Gummibärchen oder nie wieder Schokolade essen? Und das wäre mir eigentlich relativ leicht, die Antwort. Ich glaube, das wären ja Gummibärchen, denn ohne Schoko kann ich nicht leben. Dann steht hier, würdest du eher ein Jahr jeden Tag ein Video hochladen oder ein Jahr nichts hochladen? Und wenn ich es schaffen würde, dann natürlich jeden Tag ein Video. Aber ja, das ist leider nicht möglich. Außer die Videos wären 5 bis 10 Minuten lang. Aber ein Jahr gar nichts hochladen, wäre sehr, sehr bitter. Und deshalb jeden Tag ein Video hochladen. Dann steht hier, würdest du eher deinen YouTube-Account löschen und dafür eine Million Euro erhalten? Oder ihn behalten oder ihn behalten und kein Geld bekommen? Ja, das ist schwierig, weil ich meinen Kanal niemals löschen möchte. Aber ja, eine Million Euro ist sehr, 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 sehr viel Geld und werde ich wahrscheinlich niemals mit meinem Kanal verdienen. Und ja, als Hobby sehe ich meinen Kanal ja auch nicht mehr an. Und ich verdiene ja auch damit meinen Lebensunterhalt. Also wäre das auch sehr, sehr schade, wenn ich gar kein Geld bekommen würde. Weil es doch sehr, sehr zeitaufwendig ist, das Ganze. Also würde ich mich höchstwahrscheinlich für die Million enjoyen. Aber man könnte ja theoretisch auch noch woanders außer YouTube-Awesome-Air-Videos machen. Genau. Ist ja nicht zwingend notwendig, dass man das nur auf YouTube macht. Dann steht hier, würdest du eher im Schlafanzug in den Freizeitpark gehen oder mit dem Bobbycut zum McDrive fahren? Und ich glaube, ich würde eher mit dem Bobbycut zum McDrive fahren. In dem Schlafanzug in den Freizeitpark ist doch ein bisschen sehr komisch. Dann wurde gefragt, würdest du dir eher vier Wochen lang deine Zähne nicht putzen oder vier Wochen lang nicht duschen und waschen? Kannst du mich im Video grüßen? Hallo, Anita. Ich glaube, ich würde mich für das Nicht-Zähne-Putzen entscheiden. Ich weiß nicht. Gar nicht duschen ist irgendwie auch sehr eklig. Ja, vier Wochen Zähne putzen auch. Schwierig. Okay, nee, ich glaube, ich würde dann das Duschen nehmen, weil im Mund ist... Nee, das wäre eklig. Lieber nicht duschen. Dann würdest du dir eher deine Haare pink oder blau färben. Ich glaube eher blau, ehrlich gesagt. Und würdest du dir eher ein neues Auto kaufen oder ein neues Haus? Wenn das finanziell möglich wäre, gerne beides. Aber ein Auto ist leider viel billiger als ein Haus. Oder gut, sei Dank. Und deswegen würde ich mir jetzt für die Schnelle wahrscheinlich eher ein Auto kaufen. Obwohl ich das Geld dafür jetzt einfach auch nicht hätte. Und ich ein Auto habe. Dann würdest du eher dein Mikrofon oder deine Werkzeuge, Sachen, mit denen du die Geräusche machst, wegschmeißen. Und ich glaube, wenn, dann würde ich die ganzen Werkzeuge, Gegenstände nicht mehr benutzen. Denn das Mikrofon ist doch sehr, sehr wichtig. Und ich habe ja dann immer noch meine Stimme, die euch anscheinend auch sehr gefällt. Und daher kann man damit ja auch noch genügend Dinger machen. Dann steht hier, würdest du eher auf YouTube oder auf dein Handy verzichten? Wie lange denn? Wenn man für immer nennt, dann würde ich wahrscheinlich eher auf YouTube verzichten. Ich weiß nicht, denn ohne Handy zu überleben ist jetzt nicht unmöglich. Aber in unserer Gesellschaft wäre das doch sehr schwer. Und das dann ist man ja doch auch oft angewiesen. Also wahrscheinlich eher YouTube. Und würdest du eher sieben Tage nicht duschen oder 14 Tage auf Erdnussbutter verzichten? Ich liebe, liebe, liebe Erdnussbutter. Habe aber schon lange keine Merke gekauft. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher auf die Erdnussbutter verzichten. Obwohl jetzt sieben Tage nicht duschen jetzt auch noch nicht so schlimm wäre. Dann wurde gefragt, würdest du eher ein Jahr nicht duschen oder ein Jahr nicht baden? Ich glaube eher nicht ab Baden, denn ich mag zwar gerne so Schaumbäder und Vollbäder, aber mache das viel zu selten. Und duschen macht man ja doch jeden Tag. Von daher eher das Baden. Dann würdest du dich lieber ein Jahr nicht schminken oder einen Monat jeden Tag das gleiche essen? Gut. Ich glaube, ich würde jeden Monat oder jeden Tag einen Monat lang das gleiche essen, denn ein Jahr nicht schminken ist... ...ja, schon auch ein bisschen heftig. Dann würdest du eher ein Jahr auf YouTube verzichten oder ein Jahr auf dein Handy. Hatten wir ja schon auf ein Jahr bezogen. Eher auf YouTube. Aber kann ich ja auch nicht sagen, weil das ja quasi mein Beruf schon ist. ...ja, dann doch auch sein, die auf ein Jahr bezogen. Würdest du eher in einem dunklen Keller leben oder in einem alten Haus im Wald? Der Keller bleibt immer dunkel. Lieber in gar nichts von beidem, aber wahrscheinlich eher im Haus im Wald, vorausgesetzt meine Familie ist bei mir. Denn ganz allein möchte ich das auch nicht. Dann wurde gefragt, würdest du dir eher eine Glatze rasieren oder deine Haare grün färben? Eher grün färben, definitiv. Denn ich kann mir die Haare ja immer noch überfärben. Aber eine Glatze schneiden dauert dann schon extrem lang, bis sie mal wieder so lang sind. Nee, das wäre nichts für mich. Würdest du eher zwei Monate vegan oder fünf Monate vegetarisch leben? Ich finde jetzt beides nicht schlimm. Aber ich würde das mit dem Veganen ausprobieren. Ehrlich gesagt, zwei Monate habe ich noch nie gemacht. Aber würde ich machen, würdest du eher in Deutschland wohnen wollen oder in Österreich bleiben? Ich glaube, definitiv in Österreich erlebt ja jeder von meiner Familie. Und ich habe im Grunde nicht so den Bezug zu Deutschland. Von daher bin ich gerne in Österreich. Würdest du eher ein Jahr auf Kaffee verzichten oder Müdheitsarbeit kommen? Oder ein Jahr aufs Duschen? Definitiv den Kaffee. Denn ich bin keine Kaffee-Trinkerin. Und werde es wahrscheinlich auch nie werden. Würdest du lieber ein Jahr mit YouTube aufhören oder dir eine Glatze rassieren? Ja, dann wahrscheinlich durch die Glatze. Man kann sich ja auch per Rücken an Aussitzen, Notgudrungen. Würdest du eher nie wieder tanzen oder nie wieder singen können? Schwierig können durch eigentlich beides nicht. Aber ich mache es trotzdem. Ich weiß gar nicht so schnell eine Antwort. Ich glaube, ich lieber nicht tanzen. Also singen mache ich echt öfter wie tanzen. Na ja, nicht tanzen. Dann würdest du eher YouTube aufgeben oder 15 Jahre keine Pizza essen? 15 Jahre ist verdammt lange. Aber da wäre mir, glaube ich, mein YouTube-Kanal wichtiger. Nächste Frage. Würdest du eher Urlaub am Meer oder in den Bergen machen? Definitiv mehr, 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 mehr. Dann wird gefragt, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher einen Donut mit Schuko-Füllung oder mit Vanille-Füllung essen? Sorry, ich habe Hunger und freue mich schon. Ich würde mich für den Vanille-Donut entscheiden, denn ich mag Vanille lieber als Schuko. Würdest du eher fliegen können oder unter Wasser atmen? Ich glaube, lieber fliegen, denn unter Wasser bzw. im Meer hätte ich Angst. Da möchte ich gar nicht drunter tauchen. Würdest du eher alle Sprachen der Welt sprechen oder Tiere verstehen? Würdest du eher, wenn du die Wahl hast, in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Ich glaube, ich würde in die Zukunft reisen. Ich hätte jetzt auch gar nicht so das Bedürfnis, nochmal was zu erleben. Aus der Vergangenheit, klar, die wunderschönen Momente schon, aber nichts, das ich jetzt sage, das mich so fasziniert wie die Zukunft. Schaust du lieber Netflix oder YouTube? YouTube. Ich habe kein Netflix. Würdest du dich eher für eine Katze oder einen Hund entscheiden? Und definitiv Katze. Ich bin kein Hundefreund. Ich habe sogar ein bisschen große Angst vor Hunden. Eigentlich oft unbegründet. Aber nee, Hunde sind leider nichts für mich. Genau. Handy oder Laptop oder Fernsehen. Auf was würdest du eher verzichten? Definitiv der Fernseher, denn ich sehe eigentlich so gut wie gar nicht mehr Fernsehen. Es wiederholen sich auch oft die Fragen. Würdest du lieber den ganzen Tag durchgehend reden oder den ganzen Tag kein Wort sagen? Wenn es nur für einen Tag wäre, dann definitiv kein Wort sagen. Dann durchgehend reden wäre sehr, sehr anstrengend. Würdest du eher nach New York oder L.A. fliegen? Schwierig. Ich würde gerne mal an beide Orte oder Städte. Aber zuerst würde ich, glaube ich, nach New York und dann nach L.A. Würdest du lieber ein ganzes Jahr Winter oder ein ganzes Jahr Sommer haben? Ich bin zwar ein Winterkind und liebe den Winter und im Sommer ist es mir oft so heiß. Aber momentan habe ich echt schon genug vom Winter und würde mich deswegen ja auf ein ganzes Jahr Sommer wirklich freuen. Würdest du eher dein ganzes Leben lang auf Musik oder Internet verzichten? Ich glaube, Musik, ja. Ich liebe zwar Musik, aber Internet wäre auch schlimm. Würdest du eher einen Tag nichts trinken oder einen Tag nichts essen? Ich glaube eher nichts essen, denn wenn man einen ganzen Tag nichts isst, ist es nicht so schlimm. Das kann man irgendwie mit dem Trinken kompensieren. Aber wenn man dann den ganzen Tag isst und nichts trinken darf, ist das die Hölle. Also ihr kennt das bestimmt alles. Wenn man mega Durst hat und gerade nichts zur Stelle ist, das ist nicht gut. Und würdest du eher nie wieder hören oder nie wieder singen können? Schwierig. Ich glaube, ich würde mich für das Sehen entscheiden. Denn, ja, obwohl man da nie zuhört, kann man trotzdem mal sehen. Ja, eher für Sehen. Würdest du eher ein kleiner deutscher ASMR-Youtuber sein? Oder ein großer Englischer? Also, ich würde gerne ein großer deutscher ASMR-Youtuber sein. Ja, also, wenn, dann würde ich mich für den kleinen Deutschen entscheiden. Denn Englisch liegt mir irgendwie nicht so. Würdest du eher die Liebeslyrik-sachliche Romanze von Eric Gästner oder die Dämmerstunde von Theodor Sturm interpretieren? Ähm, ich glaube, die Liebeslyrik von Eric Gästner, die kenne ich, die Dämmerstunde habe ich nicht gelöst. Ja. Würdest du eher noch zwei Kinder bekommen oder zwei Hunde holen? Ähm, wenn, 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 und das ist nichts für mich. Irgendwie, ja, Mama, hat mein Handy große Faxen und zeigt mir die Kommentare nicht mehr an. Jetzt muss ich nochmal von oben anfangen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schlimm. Genau, nehmen wir mal diese Frage. Würdest du eher nie wieder ernst sein können oder nie wieder lachen können? Ähm, ich glaube, nie wieder ernst sein können. Lachen ist sowas Wichtiges und Schönes. Würdest du lieber Gedanken lesen oder durch die Zeit reißen können? Ich glaube, ich nehme das Gedankenlesen. Ähm, und würdest du lieber dein Leben arm mit deiner großen Liebe verbringen oder für immer steinreich, aber alleine sein und definitiv arm sein mit seiner Liebe? Denn wenn man steinreich ist, aber allein ist man definitiv nicht glücklich und Glück ist nicht käuflich und da hilft auch das ganze, ganze Geld dann nichts. Ja. Würdest du eher wissen wollen, wann du stirbst oder wie du stirbst? Ich möchte nicht wissen, wann ich sterbe. Ähm, wenn, dann würde ich mich für das, wie du stirbst, entscheiden und hoffen, dass es ein schöner Tod im hohen Alter wäre. Ähm, ja. Ja, die sind jetzt da auf YouTube, leider wirklich alle so durcheinander. Die Fragen, deswegen werde ich jetzt noch auf Instagram schauen. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen bekommen. Da wurde gefragt, würdest du eher mit deiner Familie eine Weltreise machen oder ein Haus bezahlt bekommen? Nein, definitiv das Haus, denn, ähm, ja, die Weltreise ist vergänglich, dauert ja auch nicht ewig an, aber so ein Haus hat man sein ganzes Leben, hoffentlich lang. Und, ja, definitiv das Haus. Dann würdest du eher eine Woche mit einer Freundin nach Hawaii oder lieber eine Woche mit deinen Kids in einem Schwarzwald ehrlich sein. Ähm, bei mir wäre es die erste Option. Bei mir definitiv auch so eine Mädelswoche kann sein, halt, das wäre der Hammer. Und würdest du eher ein Jahr auf neue Kleidung oder ein Jahr komplett auf Kosmetik verzichten? Das fällt mir auch nicht schwer, und zwar wäre das die Kleidung. Also auf die würde ich verzichten, denn ich bin wirklich nicht so materialistisch veranlagt und kaufe mir echt auch selten neues Kleidung, Zeugs, mein Kleidung. Und von daher fällt mir das nicht schwer, wenn ich mir jetzt ein Jahr lang nichts Neues kaufen würde. Aber komplett auf Kosmetik, nee, das mag ich nicht. Dann würdest du eher ein Jahr ohne Süßigkeiten oder ein Jahr ohne Fastfood überleben. Puh, ich glaube, ich würde ohne Fastfood überleben, denn ich gehe nicht so oft zu McDonalds oder Burger King. Und was es da noch alles gibt, aber ganz ohne Süßes würde es echt schwierig werden. Dann, die hatten wir schon, die Fragen, jetzt muss ich da mal schauen. Würdest du eher einen Harry Potter Marathon oder einen Herr der Ringe Marathon schauen? Ich glaube, Herr der Ringe, ich bin nicht so der Harry Potter Fan. Ja, ich glaube, Herr der Ringe, obwohl ich eigentlich beide Filmereien schon kenne. Aber Herr der Ringe, ja, da geht es ein bisschen blutiger zu. Würdest du eher mit YouTube aufhören oder dein Leben lang zum Frühstück noch Rühe essen? Definitiv würde ich dann nur Rühe essen mit YouTube, würde ich nicht aufhören. Und wenn es mir dann ansteht, dann esse ich einfach gar nichts mehr zum Frühstück und hau dann beim Mittagessen voll rein. Dann wurde hier noch gefragt, würdest du lieber in einem Haus mit großen Garten wohnen oder in einer schicken Wendthauswohnung mit Blick über die Stadt? Definitiv Haus mit Garten gibt nichts Besseres für Kinder. Würdest du eher nur einmal im Jahr die Chance haben, deine Freunde zu treffen oder deine Familie? Ja, ähm, schwer, aber ich glaube, ähm, nicht schwer. Familie, ähm, den hat so meine Mutter, Vater, Tante, oder meine Familie, meine Kinder, auch mein Freund. Ähm, das wäre beides schlimm. Man, wenn ich meine Kinder ein Jahr nicht sehen könnte, wäre das noch, noch schlimmer. Aber ich würde mich immer für die Familie, ähm, entschuldigen, ja. Gut, das waren jetzt die Instagram-Fragen. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass jetzt bestimmt nicht alle Fragen drangekommen sind. Aber YouTube, ähm, zeigt da einfach nichts an, beziehungsweise wiederholt es. Ja, das waren jetzt die Instagram-Fragen. Es tut mir leid, dass die YouTube-Fragen nicht richtig angezeigt werden. Und es waren auch bestimmt nicht alle an der Reihe. Aber vielleicht wird es noch mal so einen Teil geben. Oder auch ein anderes Format. Also, wenn ihr welche Vorschule gehabt, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ich bin hier alles offen. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und, würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann.